Verhalten nach einer Operation an der Wirbelsäule Etwa 90% der Bevölkerung leiden mindestens einmal im Leben unter Rückenbeschwerden. In manchen Fällen ist eine OP unumgänglich. Wir wollen Sie dabei unterstützen, Ihre Beweglichkeit nach der Operation wiederherzustellen. Übung 1. Die richtige Liegeposition Direkt nach der OP sollten Sie die Bauchlage vermeiden. Beim Liegen auf dem Rücken sollten Sie möglichst flach liegen und die Beine gestreckt lassen. Alternativ können Sie die Knie leicht unterlagern. In der Seitenlage liegen die Beine leicht angewinkelt übereinander. Ihren Kopf können Sie mithilfe eines Kissens unterlagern. Übung 2. Drehen, aufstehen, hinlegen Gehen Sie in die Rückenlage. Stellen Sie nacheinander die Beine auf und ziehen die Fußspitzen hoch. Anschließend drücken Sie die Knie zusammen und die Fersen in die Unterlage. Der Arm der Seite, zu der Sie sich drehen wollen, liegt neben dem Kopf, der andere Arm auf Ihrem Bauch. Spannen Sie die Rumpfmuskulatur an und legen Sie Ihr Kinn auf die Brust. Dann im Ganzen auf die Seite drehen. Auf der Seite liegend führen Sie den oberen Arm zur Bettkante und stützen sich dort ab. Nehmen Sie nun die Beine aus dem Bett und drücken Sie sich hoch in den Sitz. Der Ellenbogen des unteren Armes hilft mit. Im Sitz rutschen Sie so weit vor, dass Ihre Füße den Boden berühren. Die Füße stehen hüftbreit auseinander, die Knie zeigen leicht nach außen. Neigen Sie den gestreckten Oberkörper vor, verteilen Sie Ihr Gewicht auf die Oberschenkel und stehen Sie auf. Der Rücken bleibt immer gerade. Setzen Sie sich auf die Bettkante und rutschen Sie nach hinten. Der Arm der Seite, auf die Sie sich legen möchten, wird mit dem Ellenbogen in die Unterlage gestützt. Den anderen Arm stützen Sie vor dem Oberkörper ab. Von der Seitenlage drehen Sie sich im Ganzen auf den Rücken. Übung 3. Der aufrechte Sitz Wählen Sie die Höhe für den aufrechten Sitz so, dass Ihre Oberschenkel leicht nach unten zeigen und hüftbreit auseinander stehen. Die Füße zeigen leicht nach außen. Kippen Sie Ihr Becken etwas nach vorn und heben Sie Ihr Brustbein schräg nach oben. Ist die Sitzposition zu tief, ist der aufrechte Sitz nicht möglich. Nehmen Sie ein Keilkissen zur Hilfe. Nach einer Rücken-OP sollten Sie zunächst nur kurz sitzen und die Sitzdauer nur langsam und vorsichtig steigern. Übung 4. Schuhe und Strümpfe anziehen Legen Sie den Unterschenkel auf dem Oberschenkel des anderen Beins ab. Sie können nun durch leichtes Vorneigen Strümpfe und Schuhe anziehen. Alternativ nutzen Sie eine Strumpfanziehhilfe und einen langen Schuhanzieher. Übung 5. Isometrische Anspannung im Liegen In der Rückenlage stellen Sie die Beine nacheinander auf, ziehen die Fußspitzen hoch und drücken die Fersen in die Unterlage. Spannen Sie ganz leicht das Gesäß an. Die Arme liegen gestreckt neben dem Körper, die Handinnenflächen zeigen zur Decke. Ziehen Sie die Schulterblätter nach hinten unten an die Wirbelsäule. Drücken Sie die Arme leicht in die Unterlage und halten die gesamte Spannung für 5 bis 10 Sekunden. Achten Sie darauf, dass die Anspannung in einem Fluss von unten nach oben aufgebaut wird. Atmen Sie dabei ruhig und regelmäßig weiter. Danach entspannen Sie. Bei Schmerzen unterbrechen Sie die Übung. Wiederholen Sie die Übung bis zu 3 Mal täglich mit je 5 bis 10 Wiederholungen. Übung 6. Isometrische Anspannung im Setz. Sitzen. Im Sitzen stellen Sie die Beine hüftbreit auseinander, die Oberschenkel zeigen leicht nach unten. Der Oberkörper ist aufgerichtet, der Rücken gerade. Neigen Sie den Oberkörper leicht nach vorne und legen Sie Ihre Handflächen an die Außenseite der Knie. Drücken Sie mit Ihren Handflächen gegen die Knie und mit den Knien gegen Ihre Handflächen, bis es zu einer Anspannung kommt. 5 bis 10 Sekunden halten, ruhig weiteratmen und dann die Anspannung der Hände lösen. Wiederholen Sie die Übung bis zu 3 Mal täglich mit je 5 bis 10 Wiederholungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.